Mit nur ganz leichter Verzögerung haben jetzt auch die Aktienmärkte realisiert, dass wir eine zweite Corona-Welle haben und dass wir vor allem neue Lockdown-Maßnahmen haben. Oder wie Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, kongenialerweise wieder formuliert hat, wir haben einen differenzierten Lockdown. Das ist der ganz, ganz große Kunst von dem Herrn Söder aus Bayern. Jedenfalls sehen wir, dass dieser differenzierte Lockdown offenkundig die Anleger nicht besonders begeistert. Der DAX heute mit dem stärksten Tagesverlust seit März, also eben seit der ersten Welle. Aber es gibt in jeder schlechten Nachricht natürlich auch eine gute Nachricht, denn wir wissen doch alle, dass unser Freund und Helfer die Notenbanken schon bereitstehen und sich sagen, ja uiuiuiui, guckst du, das wird ja jetzt wieder ganz unangenehm, dann müssen wir doch neue COI-Maßnahmen dann ergreifen. Morgen tagt ja schon die EZB, die eigentlich ja nichts machen will, aber vielleicht jetzt nochmal ein bisschen unsicher wird und sich sagt, vielleicht müssen wir doch was machen. Jedenfalls wird man dann dieselbe Medizin verabreichen, die der Wirtschaft nichts bringt, aber eben den Aktienmärkten etwas bringt. Und wenn es den Aktienmärkten etwas bringt, dann wird es schon irgendwas bringen, sagt sich die EZB, sagt sich die FED. Also werden wir es auf jeden Fall tun und genau darauf kann man sich freuen, es winken nämlich bald Schnäppchen. Schauen wir uns das zerschlagene Porzellan mal an. Der DAX heute minus 4,42% im Negativen, der französische CAC 40 nur 3,69%, in UK fällt man sogar nur 2,84%. Das ist wahrscheinlich schon wieder so ein mentaler Brexit, der da stattfindet. Der spanische IBEX 2,5% und der italienische MIP 40 nur 3,6% im Minus. Also wir sind von den großen Aktienmärkten das Schlusslicht. Vielleicht werden uns die Franzosen morgen überholen, weil Macron heute Abend ja eine Ansprache halten wird, bei der eigentlich auch schon klar ist, was passiert. Aber vielleicht werden die Aktienmärkte dann wieder völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Hier in dem Chart, meine Damen und Herren, sehen wir den DAX, wie er sich jetzt in einer übergeordneten Formation präsentiert. Sieht schon ein bisschen topisch aus. Und jetzt haben wir vor allem maßgebliche Unterstützungen durchbrochen. Und wir haben vor allem, wie Sven Henrik perfiderweise hier anmerkt, jetzt 5 Monate von DAX-Käufen praktisch jetzt rausgewaschen. Mein Gott, was haben wir für tolle Impfstoff-Hoffnungs-Rallys gehabt oder Stimulus-Hoffnungs-Rallys oder Handelskrieg-Hoffnungs-Rallys. Das war letztes Jahr, aber die Rallys und Begründungen für die Rallys sind austauschbar, weil eigentlich die Tatsache ja entscheidend ist, dass die Anleger und Investoren das Gefühl haben, dass die Notenbanken in schön das Sicherheitsnetz direkt unter den Hintern gespannt haben. Jetzt ist eben nur die Frage, wie direkt unter den Hintern ist es gespannt, etwas weiter gefasst, sodass dann beim Aufbau des Allerwertesten auf das Netz dann eine gewisse Schwellung entsteht. Oder ist es doch etwas näher gefasst? Das werden wir bald sehen. Das wird bald beantwortet. Wer denn? Jedenfalls sehen wir, dass wir eigentlich jetzt durchaus noch einigermaßen dabei sind, was dieses Jahr betrifft. Und als wir bei 4% Minus waren, war es nur der sitzschlechteste Tag des Jahres 2020. Also man muss ja mal das Positive auch sehen. Ja, es könnte ja teilweise auch schlimmer kommen. Wir waren einmal fast 12% Minus. Also muss man jetzt auch einmal die Kirche im Dorf lassen, meine Damen und Herren. Und jetzt hat es auch diejenigen erwischt, die eigentlich ja unverwundbar sind, kann man sagen. Nämlich die Amerikaner, geführt von Seth Donald. Und wir sehen, der S&P ist jetzt 5% in dieser Woche nach unten gegangen. Seit 1928 hat es das nie gegeben, dass dann der Aktienmarkt eine Woche oder in der Woche vor der Wahl mehr als 3% verloren hat. 1928, da war doch ein Jahr später, 1929, war doch was. Nee, da war nichts. Da gab es keine Weltwirtschaftskrise, meine Damen und Herren. Das ist eine Erfindung in den Geschichtsbüchern. Misstrauen Sie also solchen komischen Begriffen wie Weltwirtschaftskrise. Wir sind jetzt weit von einer Weltwirtschaftskrise entfernt. Wir haben nur einen differenzierten Lockdown. Und das ist ein riesiger Unterschied. Normalerweise, wie Sie hier in der Grafik unten sehen, ja die Performance sehr, sehr gut in der Woche vor der Wahl. Durchschnittlich bloß 1,6%. Und da die Fed auch Statistiken liest und vielleicht die Demokraten, US-Demokraten auch ein Depot haben, also ein Aktiendepot, wird man dann vielleicht doch noch irgendein Kaninchen aus dem Hut zaubern und sagen, wir machen irgendeinen Stimulus. Nicht? Und da werden wir irgendwas uns einfallen lassen. Das ist also durchaus nicht ausgeschlossen. Wir sehen heute, dass das zweite Mal in dieser Woche dieser Abverkauf wirklich sehr breit gefächert ist. Wir haben mehr als 90% der Aktien aus dem S&P 500, die fallen. Das ist eine Geschichte, die nicht sehr oft vorkommt. Aber jetzt eben Ende Oktober etwas sehr oft vorkommt. Es gibt ja die böse These, dass sozusagen der Oktober dann darüber entscheidet, wer nächster Präsident wird. Aber das ist eine böse These. Jedenfalls, wenn wir uns mal Sid Donald anschauen, der hatte nämlich genau auf dem Hochpunkt am 12. Oktober gesagt, ja, der Dow Jones, der heute 300 Punkte gewonnen hat, ist the greatest leading indicator. Also der beste Frühindikator für das, was kommt, nämlich für meinen Wahlsieg. Und wir sehen, Sid Donald ist sehr, sehr oft ein sehr guter Indikator. Aber je mehr er twittert über neue Aktienkurse, in diesem Jahr zumindest ist es so, umso schneller kommt dann der fette Abverkauf. Und so ist es auch wieder. Der Dow Jones, zumindest vorhin mit dem größten Abverkauf, seit dem 11. Juni, mehr als 800 Punkte ging, ist nach unten. Und Sid Donald beschwert sich Covid, Covid, Covid. Alle reden immer nur von Covid. Ja, nur ich nicht. Karl Marx und Engels sagten einst, alle reden von Wetter, nur wir nicht. Donald sagt, alle reden von Covid, nur ich nicht. Ja, und deswegen gewinne ich die Wahl. Und er hat gesagt, also aber dann ab dem 4. November, meine Damen und Herren, dann werdet ihr über etwas anderes reden. Nicht mehr über Covid. Und dann werden wir uns die Todesrate anschauen, die total niedrig ist. Plenty of Hospital Rooms und so weiter. Ja, aber diese Hospital Rooms. Und die werden ein bisschen knapper, wie wir hier sehen. Wir sehen nämlich, die Hospitalizations are rising. Hier der 7-Day-Percentage-Change, also die 7-Tage-Prozentuale-Veränderung. Und wir sehen, dass diejenigen, die hier rot sind, oder roter sind, je roter sie sind, umso größer ist der Anstieg der Hospitalisierungen. Das passiert dummerweise in den Bundesstaaten, die eigentlich Trump zugetan sind. Eigentlich das durchaus anerkannte Stammlande der Republikaner sind. Während zum Beispiel Kalifornien, New York davon relativ weniger betroffen sind. Auch in New York sind heute zum Beispiel sehr hohe Zahlen, über 2000 Fälle gemeldet worden. Aber sei es drum, es sind eben diese Regionen, die eigentlich die Wählerbasis von Trump sind. Und wenn wir uns mal die Infizierungsrate anschauen, respektive die Quote der positiven Tests. Das ist ja sozusagen das Mantra von Donald Trump, wenn wir mehr testen, dann kommen wir mehr Fälle. Stimmt, da hat er mathematisch etwas sehr Tiefgreifendes erkannt. Aber man kann ja eben auch sagen, okay, wir schauen uns mal die Quote der Tests an, die dann positiv sind. Und die sind zum Beispiel in South Dakota mit über 43% positiv, Idaho 34%. Alles diese Staaten im mittleren Westen, Wyoming 31%, Wisconsin 28%, Iowa 26%, Alabama 25% und so weiter und so fort. Also da haben wir eine massive hohe Testquote, beziehungsweise Positiv-Tests. Und deswegen ist eben die Frage, ob wirklich dann nach dem 4. November niemand mehr von Covid sprechen wird, sondern nur von St. Donald. Jetzt haben wir hier diese neuen Maßnahmen heute mitgeteilt bekommen, den differenzierten Lockdown. Gasthof wird geschlossen, außer man holt sich das Essen ab. Dienstleistungen sollen geschlossen werden, Supermärkte bleiben offen, Schulen und Kindergärten sollen offen bleiben. Das ist wahrscheinlich deswegen sehr differenziert, dieser Lockdown. Und dann haben wir den Profisport weiterlaufend, aber ohne Publikum. Amateur, Sportbetrieb wird eingestellt, Theater, Opern, Konzerthäuser, wir interessiert sich schon für Kultur. Das ist Kultur praktisch, ist ja etwas, was niemand braucht, aber alle gerne hätten. Und dann haben wir noch touristische Übernachtungsangebote, sind auch verboten. Das sei den Touristen mal gesagt. Und jetzt haben wir aber eben die nahe Rettung, denn der nächste Stimulus kommt bestimmt. Es ist halt so wie mit Weihnachten, Weihnachten kommt bestimmt, es dauert halt nur etwas mehr oder etwas weniger lang. Und deswegen muss man jetzt natürlich die gute Laune behalten und sagen, ja gut, die Ritter kommen. Das ist eine Frage der Zeit und wir haben jetzt hier mal einen Vergleich. Wir haben ja damals im Feudalismus, haben Sie vielleicht in der Schule gelernt, also die Herrschaft des Adels im Prinzip, oben ein König, dann kamen die Adligen, dann kamen so die Landbesitzer, dann kam der Klerus, also die Priester und dann kamen so die Politiker, was damals sozusagen die Monarchen waren, das sind jetzt die Central Bankers, also die Zentralbanker, was damals der Landadel war, das sind jetzt so die J.P. Morgan-Chefs zum Beispiel, also die Big Bankers. Dann haben wir den Klerus, das sind jetzt die Unternehmensführer. Und dann kommen die Royalen Minister, das sind jetzt die gewählten Offiziellen zum Beispiel. Und dann kommen ein paar Bürokraten, ein paar Vasallen, die Top Professionals und dann kommen die anderen. Das, meine Damen und Herren, ist die neue Bevölkerungs- bzw. Herrschaftspyramide, die jetzt im Notenbanksozialismus die entscheidende Kategorie ist, die sie drauf haben müssen. Denn die Entscheidung über ihren Wohlstand, die fällt weniger in Berlin, sondern mehr in Frankfurt oder eben bei der FED, je nachdem, da wird sozusagen entschieden, wie zum Beispiel ihr Aktiendepot sich weiterentwickeln wird. Jetzt gab es heute jemand, der da so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist, Bill Dudley, ehemaliger New York-FED-Chef, der gesagt hat, ja, die FED ist eigentlich out of munition, die hat keine Firepower mehr, die hat keine Feuerkraft mehr, aber das sind natürlich ketzerische Gedanken. Und der sagt nämlich, nur Government Spending könnte die ganze Geschichte retten. Ja, aber jetzt sagen natürlich die Staaten, okay, wir haben ja schon viel gemacht. Die Deutschen werden zum Beispiel jetzt 10 Milliarden an Entschädigung für die Betriebe geben, die schließen müssen. Jedenfalls schiebt man also hier jetzt seitens eines Ex-FED-Mitglieds erstmal den Regierungen die Verantwortung zu. Aber eben, da kann man sich ja in der Politik nicht einigen, wie zwischen den Demokraten und den Republikanern. Dementsprechend haben wir diesen Stimulus ja noch nicht, was auch der tiefere Grund ist, dass wir jetzt so ein bisschen schlechte Laune haben an den Aktienmärkten. Was haben wir noch? Eine positive Nachricht, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt diesen Ausbruch des WIX. Also der Wohler Erwartung, da sind wir allerdings jetzt, was den RSI, den täglichen RSI, also relativen Stärkeindex betrifft, schon ein bisschen sehr weit gelaufen. Da könnte möglicherweise dann langsam mal eine Gegenreaktion kommen, weil wir eben doch technisch ein bisschen stark überverkauft sind. Morgen die EZB, wahrscheinlich ist da nicht viel zu erwarten, bis auf verbale Streicheleinheiten. Aber möglicherweise werden die Tech-Giganten dann uns schöne Geschichten erzählen. Überraschend ist allerdings, dass selbst eine Microsoft, die ja gestern eigentlich sehr gute Zahlen berichtet hat, nicht mehr zu einem Anstieg führt. Warum ist das so offenkundig? Weil eben bis zur Wahl irgendwie der Wurm drin ist, weil sozusagen nicht klar ist, gibt es eine angefochtene US-Wahl, ja oder nein. Dementsprechend müssen die Kinder wahrscheinlich auf die Bescherung dann mindestens bis nächste Woche warten. Aber so viel Geduld zahlt sich dann in der Regel meistens aus. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Man muss immer in jeder schlechten Nachricht auch das Positive sehen. Das habe ich hiermit gemacht. Ich gelte ja als der größte Bulle unter der Sonne und diesem Ruf wollte ich einmal mehr gerecht werden. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.